Vielleicht hättest du nicht mit ins Dunkelrestaurant kommen sollen. Vielleicht hätte ich sogar nicht bei dir klingeln sollen, um Eier auszuborgen. Vielleicht hätte ich dich nicht aufmachen sollen. Vielleicht fand ich es nämlich ganz gut, allein zu wohnen. Ich habe meiner Mama Facebook eingerichtet, damit sie nicht mehr so einsam ist. Jetzt leugnet sie die Klimakrise. Wenn wir es schaffen, deine Mama wieder hinzubiegen, wenn sie nicht mehr die Klimakrise leugnet, dann gehst du nochmal mit mir essen. Was ist denn, wenn ihr verliert? Was? Wir haben doch nichts. Du hast Schockierendes rausgefunden, nicht wahr? Ja. Seit Jahrhunderten. Ziehen im Geheimen Kängurus die Fäden. Schnapp sie euch! Diese Füße haben es auf mich abgesehen. Wollt ihr mach ich Hacksleicht! Keks? Keks? Gut. 20 Minuten. 20 Minuten. nen Untertitelung des ZDF, 2020